Die Küsak-Tanzgruppe und die Jugendblastkapelle wurden vor 27 Jahren mit dem Ziel, die ungarn-deutschen Traditionen im Biotorban zu pflegen und zu bewahren, gegründet. Seit der Gründer-Tanzgruppe hatten sie zahlreiche Auftritte in Irn und Ausland. Die Tanzgruppe spielt eine wichtige Rolle im kulturellen Leben der Gemeinde. Jedes Jahr fahren sie in die Partnerstadt Herbrechtingen und kriegen mit ihnen einen guten Kontakt. Sie zahlen heutzutage mehr als hundert Lieder und sind ganz stolz auf die vor mehreren Jahren ins Leben gerufenen Nachwuchsdrücke. Jahrelang stand der Gruppe unter der Leitung von dem Niveau-Preisträger Choreografie Josef Wenzel, dessen Choreografie auch heutzutage auf der Repertoire der Gruppe stehen. Seit 15 Jahren leitet die Gruppe Juliana Sabo und Enidamont. Die Blastkapelle steht unter der Leitung von Chandor Kossasch. Der Leitung von Chandor Kossasch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Musik